Eine neue 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieden. Sie befindet sich in Köln-Weiden. Das Wohnhaus wird voraussichtlich 2014 erbaut und verfügt über 3 Etagen. Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Immobilie wurde stufenlos zugänglich gebaut. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Gästetoilette sowie einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 1100 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017